aber wer sind die männer die sich in die luft sprengen wort kommen die kennt man die also die die jetzt zum beispiel anschläge machen und so weiter wie in wie in paris es gibt tatsächlich leute die glauben das wäre richtig aber die sind jetzt alle am schweigen die sind jetzt die sind doch hier im live stream glaubest du diese ist gerade und danach sind sie wieder leute westlichen medien haben milliarden ausgegeben um die muslime als barbaren aussehen zu lassen denken diese leute die das geld ausgegeben haben um die muslime als barbaren aussehen zu lassen sind froh darüber wenn ein muslim mit bad kommt mit keppi kommt der arabisch rede auf den jugendgeschirr der sagt das hat mir islam nicht zu tun das ist geistes kann weil die diese darüber froh die erden